Erst seit ich 40 bin, fühle ich mich wirklich sexy. Mit 40 erreichen die Gefühle einer Frau eine Tiefe, die ich bis dahin noch nicht kannte. Auch Mutter werden ist sexy. Ich backe ständig Biskuits. Allerdings esse ich sie nicht gerne, wenn sie fertig sind. Ich mag nur den Teig. Das Geheimnis meiner Jugendlichkeit? Ich verstehe mich als älteres Mädchen, nicht als Frau im mittleren Alter. Männer haben Angst vor Frauen ab 40, weil sie sich vor ihrer Kraft fürchten. Jeder Mann, der Frauen die Intelligenz abspricht, fürchtet sich vor ihnen. Ich habe gelernt, dass sich nicht alles nur um mich dreht. Wenn du so handelst, als wüsstest du, was du tust, kannst du machen, was du willst, außer Neurochirurgie. Die Tugend wäre eine ziemlich einfache Sache, wenn man sie nicht dauernd üben müsste. Allein sein bedeutet, die Freiheit zu haben, sein eigenes Glück zu suchen. Wenn man ehrlich ist, kann man nicht wirklich verlieren. Ich mache die KI gucken, dass man sie nicht hasta agraren. Ich habe ihn sehr vielokolade, wenn man sie nicht vraagt, wer die Sicherheit für Comment